Beim ersten täglichen Wunschmal füllen wir das Terrio. Lebenszeitbelohnung Oh, die können sich immer ein bisschen unterhalten. Was wart das gerade? Reichenschmerzen den Erfolgen Ich bin ein Kahnansi. Propto Zeroha-Shop. Zanat, Robert is dead. Salachuf. Salachuku. Zegluf. Unaka is our life. Oh, hell yeah. Oh, Niki. Mwah. Ready, Snark, Snark. Du musst nur ganz schnell kuscheln. Was ist das Kind jetzt eigentlich gefüttert? Und ein was will ich noch sehen. Oder doch nicht so. Davion, du. Du. Du musst hier spielen. Oh, da ist er erstmal beschäftigt, bis er dort ist. In der Zwischenzeit kannst du ihn mal benutzen. Kochsendung, hm? Ah, alles klar. Geh zur Arbeit. Ich muss echt nicht arbeiten. So, Uwe. Jetzt. Du bist voll fit und bereit. Das heißt, du musst jetzt erstmal ein paar Tätigkeiten erledigen. Und zwar musst du erstmal die Beziehung beenden. Obwohl, wir machen es erstmal anders. Gut war es, wenn wir dann auch noch ein Kind in die Welt setzen könnten. Das wäre ja lustig. Wir müssen die Stadt ja ein bisschen befördern. Mit Uwes. Okay, wen musst du? Detlef Landkopf. Ich muss erstmal finden. Detlef, Detlef. Boah, kennt ja viele. Katharina Landkopf. Tamara Sebastian. Detlef. Das ist ihr Schiff. Ist ein Schiff? Der kennt doch gar kein Detlef Landkopf. Oh, wir besuchen mal den Landkopfhaushalt. Sebastian will eine Einrichtung besitzen. Das könnte man langsam wirklich machen. Ne, wie ging das? Ach ne, hier ging das. Ne, ich glaube, du musst mal einen Computer. Ist das grad besetzt? Ne. Ne, und zwar musst du mal... ... ... ... ... Immobilien ansehen. Und da... ... geht hier rein. Ding Dong. Ding Dong. Hallo, jemand zu Hause? Ent Draper. Wir sind ohne Steine. ihrer Was ist das? Herr, die interklar trennt sich! Ah, uff! Sieht gut aus, Schnecke! Aber hier ist der Detlef da! Scheiße! Wo finde ich jetzt diesen Kack Detlef? Ulf... Lisa... Murtil... Kann ich nicht nach dem Namen sortieren? Vielleicht krieg ich den... Detlef, da ist er doch! Mensch! Ich tue mich ja mit dieser köpflichen Tissi rumbegeben! Angesprochen werden, was will sie denn? Ach Gott! Nee! Scheiße, Uwe! Wo soll der jetzt schon wieder hin, dieser Kack Detlef? Das war er, ne? Eine noch... Äh... Wo trifft man sie? Ach, hier guck! Okay, also einen Freund finden, kriegt der Uwe nicht hin. Das ist... Müssen wir also nochmal versuchen... ...die... ...lös zu werden. Philippe Zirk, bitte mal auf! Ich möchte, dass der Sebastian sich ein Grundstück kauft. ... ... ... ... ... ... ... Ja, am Computer eine Immobilie kaufen, das geht nicht so einfach, wenn da irgendwelche anderen Leute plötzlich Schach spielen wollen. Das geht einfach nicht. Mensch Philipp, was weiß denn, ich kümmere dich um deine Kackblumehausen. Äh, Garten pflegen, jäten, Pflanze gießen, irgendwas zu lange, du nicht den Rechner besetzt. Ach, geh, geh was trinken. Könntest du erstmal benutzen. Was mit dem Kind da spielt. Nee. Zum Verkauf stehende Grundstück ansehen. Wohngrundstück. Was sind billigste? Felsige Fälle. Brauchen wir also noch ein bisschen Geld. Nee, was? Nee. Ach, keine Ahnung. Trefft euch hier. Ist mir doch egal. Warst du Lust? Oh, wie? Oh. Und die läuft immer krummer. Oh. Loser. No. Oh. Oh. Oh, yeah. Oh, yeah. Draußen, warten. So. oder sie leben besichtigen wissen wir so möchte bei einer reife experimenten ob schon man das ist ein tier dazu zu bringen diese woche bezahlen die wissenschaftler jenen sind das schafft ameisen zu überzeugen an bestimmten stellen ich muss mal kurz gucken es hat keine Warte mal, ne, 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 Moment. Du hast den Detlef gefunden? Wieso wird mir nichts davon erzählt? Ne, komm, geht's an den Experiment teilnehmen, alles andere kannst du es später machen. Du hast nichts zu tun, ne, dann bring deinem Kind doch mal laufen bei. Gut, mit Spielen, jetzt wird hier auf Laufen lernen gehört. Ja, und duschen, beides. So, du kleiner Drecksack, du schießt jetzt auf. Ja, fein hast du gemacht. So, und das machst du jetzt gleich, wenn ich dich loslasse, okay? So wie ich, siehst du das? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und das machst du jetzt in meine Richtung. Ja, fein. Oh, wacht da jemand auf? Muss ich wieder kotzen? Ne, weiß nicht, oder? Ja. Ich wollte euch eh gerade irgendwie zusammenhören. Wo ist das an... Wisst ihr was, Leute? Ich mach erst mal eine Aufnahme und Pause. Ist das anstrengend? Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Oder jetzt gleich mal sehen, wie ich schneide. Also bis dann, wiedersehen. Tschüss.